ja leute herzlich willkommen wieder bei auto am breiten mit fritz ich wünsche euch heute alle einen guten rutsch ins neue jahr und da es das nächste jahr besser abläuft wie dieses jahr dass wir die corona geschichte endlich hinter uns lassen können und dass ihr alle gesund bleibt das was ihr euch wünscht solltet ihr bekommen also das ist mein wunsch und ich hätte heute gerne noch einen film reingestellt über das zigeunerloch hatte allerdings leider ein paar technische probleme ich hoffe dass ich dies noch lösen kann mir schade denn es sind super aufnahmen dabei für das kommende jahr ist wieder einiges geplant ich habe etliche filme in planung und gedanken die ich also schon gerne umsetzen möchte gerade im bretberg bereich mit krisen vorbereitung mit lebensmittel haltbar machen eventuell auch über erste hilfe im bereich unterkühlung erfrierungen wird ja jetzt dann bei uns eigentlich auch ein thema sein könnte insbesondere dann wenn sich menschen also auch mit fluchtrucksäcken und schutz im wald beschäftigen dann sollte man vielleicht über dieses thema doch sprechen ich habe ein neues kletterseil und das heißt ich möchte nächstes jahr einige neue kletter geschichten vorführen neue techniken anschlagpunkte etc das vielleicht auch interessantes es gibt eventuell andere kameraeinstellungen in form einer drohne wo man eben andere perspektiven auch noch mit rein nehmen kann also ich habe im nächsten jahr einiges auf der prepper szene noch vor zu machen und ich hoffe ich kann es umsetzen ja auch dass wir nicht mehr so viel lockdown haben also wie gesagt ich wünsche euch alles gute bis demnächst ja und rutscht gut rüber auch wenn silvester heuer ein bisschen anders abläuft